Aber man kann nicht kontinuierlich im Existenzialisierungsmodus bleiben, dachte ich gestern, noch umfangreich. Du bist dieses unfassliche und ein ergreifendes Empfinden mit einer unsichtbaren Faust, das sich einfach nicht begreifen lässt. Was heißt, dieses Du bist, das dieses Gefühl der völlig undurchdringlichen Denkwand erzeugt, was heißt das, Du bist? Wenn es bedeutet, zu begreifen plötzlich, dass da bist Du, das da ist. Dann eben mit der Konsequenz, aber welche Konsequenz hat das dann? Und die unausdenkbare Konsequenz ist es was, dass Du bist, so unbegreiflich macht. Und in die Simulation der, wie sagte das Sloterdijk, nicht der Zombies, sondern der Unmumien, der Untoten. Die, die das Du bist nicht mehr tragen, sondern nur noch leere Körperhülsen sind. Die Konsequenz, dass man ist, dass Du bist, ist untragbar, unerträglich, undenkbar letztlich.